Oh, ich bin Player One. Ready Player One? Ja. Ich bin als Erste aus. Der Sieben. Ich bin Elf. Das sollst du nicht sagen, Jen. Jawohl, wir glauben jetzt, dass Jen Elf ist und wir achten drauf. Ich bin doch mal nicht die ganzen guten Rollen. Okay, Jen ist nicht Elf. Jen ist nicht Elf. Okay, wir gucken bei der Elf alle weg. Wer nimmt da die Taube? Wie viele Blam Hossa haben wir eigentlich? Wie viele das wählen, glaube ich. Könnt ihr bitte schneller wählen? Danke. Das gehört, das ist taktisch wichtig. Aber die wählen nicht, die warten auf den Zug. Nephi hat extra nicht gewählt und hat das dann gesagt, Nephi ist Spieler 4. Ja. Gott, der Pelika. Ich hab dich komplett gelesen. Findet ihr auch, dass das Logo vom Pelikan nicht aussieht wie der Bauch, wo Menschen drin sind? Das sieht aus wie ein Arsch. Ja, es ist einfach ein Entenarsch. Oh, jetzt kurz kommt jetzt ein gleiches Jen dran. Ich bin eigentlich Elf. So, Jen, was ist Jen jetzt? Was ist Jen? Ah, random. Sehr guter Dodge, Jen. War es ein Zufall, dass Spieler... Hallo, Katta. Hallo? Wieso spawnen wir hier bei dem komischen Dämonen im Blubberbad? Er möchte wahrscheinlich, dass wir mit ihm kochen. Möchtest du was zu mir sagen jetzt? Oder warum stehen wir beide hier? Du bist nicht weggelaufen. Ja, du auch nicht. Ja gut, dann laufen wir jetzt weg. Okay, cool. 16 Uhr, ne? Und schon rausgefunden, was Jen ist? Oh, Dalu. Warte, wir können beide rausfinden. Du hast Sheriff gegessen, Mann. Oh, da liegt auch schwer dieses ganze Metall da mal raus. Das Stern, ne? Ja, ja. Nicht, dass du gleich... Du piepst gleich, wenn du durch den Metalldetektor gehst. Pass auf. Oh, ich könnte den Witz erzählen. Das erfreut Dalu doch so. Warte, wo kann ich mich hier umrichten? Warte, Dalu. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Warte, wir kollabieren jetzt mit wem anders. Ja, wir kollabieren. Wo hast du dich hingeportet? Der Port war ja komplett useless. Ja, Meter oder so. Oh, hier ist Julis Humorbegriff. Ja. Warte, was? Er ist entkommen, deswegen ist der Stein offen. Ja, ja. Komm bitte, Baloui, oder... Oh, ja, das ist auch verdient. Doch, doch, das ist auch... Ach, nein. Ach, Mann. Ja, das ist echt ärgerlich. Was für einen Hohenzahn, Dalu. Wieso? Ich weiß, wer der Mörder ist. Naja, seid ihr jetzt von tot oder nicht? Nein. Ich weiß, dass noch ein Mörder ist. Du kannst noch abgestochen werden. Nein, 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 nein. Wenn ich mich hier verstecke, hier... Geh auf Erkundungstur. Ich wünsche, ich könnte als Sheriff in deinem Bauch schießen hier drin, Dalu. Ich könnte dich... Free the food. Ich wünsche, ich könnte dich alle annießen hier im Bauch. Ach, du bist die Taube. Nein, Dalu, nein. Nein, 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 nein. Dalu. Und so, ich halte die Flossigkeit... Das ist Katta. Sagt man das so? Nee. Nee, Dalu, ich hol mir noch mehr. Du musst noch mehr essen. Ja, ja, einer geht noch. Aber bitte nicht Baloui. Baloui ist schon tot. Oh Gott sei Dank. Der lag da beim Hosen, ja. Ach so. Ja, das ist Baloui, ja. Okay, verstehe ich. Hi, Lars. Oh, nee. Ich bin aber ziemlich stört. Du hast den Killer gegessen. Nein. Du wurdest... Du hast den Killer gegessen. Hilfe. Hilfe, lass uns raus. Hallo. Ja, lass uns Tinnen suchen. Ich muss raus. Du bist schon lange tot. Dalu, mach mal langsam. Warum liegen denn hier alle? Darf, ich muss mich konzentrieren. Haltet die knapp. Du bist das letzte Trenge. Du hast alles schlecht. Dalu, mir wird die Schlauung sein. Wackel nicht so viel, Dalu. Gleichzeitig trinken. Dalu, wackel. Oh, Lamia. Wann sind wir da? Ich hab Hunger. Nein, hör auf so zu machen. Wann sind wir da? Ich glaube, ich muss mal. Könnt ihr euch bitte einmal alle umdrehen? Ist die Toilette noch frei? Nein, ich muss mal. Okay. Einfach raus damit. Items hat gepupst. Aber wer macht die Tür zu? Das könnte ich gewesen sein. Ich riskier's. Ich geh doch mal gucken. Der Teleporter ist random. Wir hatten eine tolle Busfahrt. Das war wunderschön. Am Ende haben alle durcheinander geredet. Ja, alle durchgehen. Also, Halu, konntest du meinen Witze? Ich kann mich gerne noch mal wiederholen. Herzlich willkommen am Karussell mit Zahlen. Kann jemand von euch kochen? Bingo. Aber was? Die Frage, was würdest du als kochen können definieren? Also, ich hab eine Frage. Ich brauch eine Hilfe. Hilfe? Ich möchte morgen eine... Willst du das Essen essen können? Ja. Salz. Dann darf ich mich antworten. Weniger Salz. Aha. Also, nein, ich mach morgen eine Kartoffel-Karottensuppe. Ich denk, du bist low carb. Mache ich sie heute Abend und wärme sie morgen auf? Oder mache ich sie morgen frisch? Aufwärmen. Ich kann die langen mit Karottensuppe. Es muss immer geiler rausgezogen. Einen Topf wird immer einen Tag besser. Nächster Tag besser. Die zieht durch. Also, heute kochen? Solltest du jetzt schon damit anfangen? Ja. Ja, während dem Roast-Karottensuppe spielen. Auf jeden Fall. Dann muss ich ja danach los. Ich würde sie dann heute machen und morgen essen. Dann schmeckt die geiler. Auch wenn man es nicht erwarten würde, in so eine Suppe gehört kein Roast-Beef. Nee, aber Gemüsebrühe. Kannst du ein Stück Katze-Items reinschmeißen. Wir haben bisher noch keinen Killer, möchte ich anmerken, oder? Ah, doch oben. Doch, doch, da oben, da oben. Das wäre so geil. Nein, meine Liste hat komisch gescrollt. Einfach mal weg. Oha. Alle haben eine gute Rolle genommen, ist einfach direkt vorbei jetzt. Ja. Hallo. Nee, meine Liste war komisch gescrollt. Ich habe die nicht mehr gesehen. Hey, Franzi, bist du böse? Nein. Ja, ja. Sicher? Ja. Okay. Aber du lachst. Ich bin nicht böse, aber ich kann böse Sachen machen. Das da? Oh, lol. Dados Adventure, okay. Nee, da bin ich Dado noch gut gedodcht. Ja, ja. Ja, bin ich ja doch. Da bin ich doch gut gedodcht. Ihr habt doch auch gesehen, du. Ja, den Zeitzel hat man auch. Außer wie bei der Matrix. Ja, nu. Dado einfach wieder insane Dodge Skills. Da lacht dann der tote Hoppelhase. Was nicht so schlimm ist, ist sowieso nervig, aber er lacht da so rum. Dado wieder insane Dodge Skills, kann man sagen. Aber über Jen bin ich drüber gebetet gerade. Aber wie ich ausgewischt bin. Ah, Dado, wen hast du denn so getroffen, die Runde? Gesalzen oder nicht gesalzen? Dado? Was denn? Mit wem warst du denn so die Runde unterwegs? Items, Sockel. Und dann war ich bei euch. Davon weiß ich nichts. Ich habe Dado noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ich auch nicht. Also ist Dado okay. Nein, ich bin nicht. Ich bin Kassel Dodge. Ich glaube auch, es ist Dado, oder? Er klingt sehr fast, oder? Dado, du klingst sehr fast, ja. Man hört das schon in seiner Stimme. Ja, Dado ist mit einem Clown unterwegs mit Heli. Nein, Dado ist es nicht. Dado ist es wirklich nicht. Also Dado ist safe. Dado ist safe. Dado ist es nicht. Warum solltest du es nicht sein, Dado? Weil er insane Dodge Skills hat. Weil ich echt habe. Ich bin tatsächlich, so kann ich ihn nicht essen. Wir müssen auf die nächste Runde warten. Er argumentiert hier ziemlich, ziemlich, ja. Das ist eine sehr komische Argumentation, die du da anführst. Ja, ja. Wir kicken keine Kinder. Wow. Spreng für dich selber. Was ich dienstags mache, geht nur mich was an. Ich sprich. Oh, schieße ich jetzt einfach auf Flocke oder Items? Ich sterbe. Meinst du, es ist Flocke oder Items? Items. Sicher? Ja. Okay. Wenn ich tot bin, weiß Bescheid. Ja, er war's. Er war's. Er war Killer. Ja. Ja. Ich bin Sheriff. Ich habe den Party gekillt. Aha. Du hast ja gar keine Party-Stimme. Nein, aber du warst gepartied. Dann habe ich Katze auf der Brücke, konnte man zählen, 1, 2, Report. Also da stimmt was nicht. Du warst gepartied. Ich habe dich gefragt, wen du getroffen warst. Du hast gesagt, Flocke, Items, Franzi, Milch. Und ich habe auf Items geschossen als Sheriff. Wie lange ist Bomb-Timer, bis man sieht, dass man die Bombe hat? Einer hat die Bombe. Es hat getickt auf jeden Fall gerade. Ja, ich habe die Bombe. Das ist nicht gut. Ich glaube, Kata hat mir die Bombe gegeben. Die habe ich vor dir gesehen, Nefi. Okay. Mein Revolver ist geladen. Kata, mit wem warst du so unterwegs? Ich würde die jetzt einfach rausholen. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, Frau Kata? Da ich keine Bombe habe. Ja, nicht mehr, weil Holla die jetzt hat. Holla die auch abgegeben. Gut gemacht. True, aber sie sagt die Wahrheit. Ich kann aber auch keine Bomben weggeben. Weil du kannst ja nur eine gleichzeitig. Holla hat die ja gerade. Ja, ist genau ein Plumal. Also, Dalu, ich kann auch noch mal zu dir gehen und dann quietschst du noch mal ein bisschen. Aha. Das wäre wohl nicht die Beste. Du zwei Rollen auswählst. Das ist jetzt irgendwie... Sus. Sus. Ist Nefi's items aus dem Raum gekommen, wo ich war? Äh, ja. Dann hat er mir die Bombe gegeben im Vorbeilaufen. Dann ist Kata der Party. Ja. Hi. Hi. Aber dann ist Kata auch böse, oder? Ich meine, Revolver ist geladen. Ich gehe gleich hin. Und wenn ich tot bin, wirst du... Also, es ist so oder so böse. Holla ist explodiert. Holla ist explodiert. Das war wohl... Holla war ein Banger. Ja, richtiger Banger. Ey, Nefi. Nefi, Nefi. Ich gehe mal kurz... Hi. Willst du mitmachen? Ja. Ach, Mist. Donnersack haben. Ich muss mich doch mal fressen, ey. Toll. Wieso Donnersack haben? Das ist doch richtig kacke, Franzi. Dann morgen. Hallo, ich gehe jetzt. Morgen, Glück. Hallo, tschüss. Du wirst wegen der Kartoffel-Füße finden. Nee, ich gehe jetzt. Einen guten Appetit. Wow. Tschüss. Wow. Aber ich spiele es vor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.